Hallo liebe Golfer, das folgende ist eine Neidkrieg für alle, die so schnell wie möglich ihre Platzreife machen möchten, aber nicht so genau wissen, wie sie das machen sollen. Mein Name ist Ian Wursley, ich bin PGA-Golftrainer. Hier zunächst ein paar Punkte, die du wissen musst, um deine Platzreife zu bekommen. Das größte Problem, mit dem du konfrontiert wirst, sind die richtigen Golfplätze und Trainer zu finden. Sie kontrollieren, ob du deine Platzreife bekommst oder nicht. Daher können sie auch steuern, wie lange du üben musst. Dies bedeutet, dass die meisten Menschen ihre Platzreife nicht so schnell bekommen. Die üblichen Methoden, die allgemein verwendet werden, sind sehr oft zu teuer, dauern zu lange und es gibt keine Garantie, dass du die Platzreife auch sicher schaffen kannst. Oft habe ich, auf der Driving Range, beobachtet, dass Leute wenig Ahnung und vor allem kein System bei ihren Versuchen haben, sich in unserem schönen Sport weiterzuentwickeln. Viele Golfer glauben, dass dies der einzige mögliche Weg ist, die Platzreife zu erreichen. Wenn du jedoch ernsthaft die Platzreife bekommen möchtest, ohne viel Geld bezahlen zu müssen und womöglich Wochenlang zu üben, habe ich eine gute Lösung für dein Problem. Vielleicht hast du ja auch schon längere Zeit nach so einer Lösung gesucht. Wir stellen vor, den Platzreifebeschleuniger. Dieser hilft dir, deine Platzreife in zwei Tagen zu holen, garantiert. Unter Verwendung meines persönlichen Coaching-Systems wirst du schon in weniger als zwei Tagen mit dem Platzreifebeschleuniger sichtbare Ergebnisse erzielen. Und dabei kostet es weniger, als du denkst. Wenn du also jemand bist, der so schnell wie möglich die Platzreife erhalten möchte, um denn so schnell wie möglich Golf spielen zu können, solltest du Folgendes beachten. Die Regeln der Wartezeit für deine Platzreife haben sich geändert. Ich ermögliche diese ohne Probleme zu bekommen und ohne dass du zuvor Wochenlang üben musst. Mit meinem einzigartigen Coaching-System ist es einfacher als je zuvor, deine Platzreife in kürzester Zeit zu bekommen. Steige also jetzt mit meinem Platzreifebeschleuniger-Programm ein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie die Platzreife in zwei Tagen zu bekommen ist, teile dir diese Informationen gerne mit. Dazu gibt es unten einen Button, mit dem du zu einer Seite gelangen kannst, um dich zu registrieren. In einem persönlichen Gespräch werde ich alles für dich erklären, was man wissen muss und was zu tun ist, um deine Platzreife zu bekommen. Klicke bitte auf den folgenden Link. Wir sehen uns dann auf der nächsten Seite. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.